Hey. Okay, Benny, würdest du bitte nach Rhodes reiten? Nach Rhodes? Ich? Du weißt, wie ich fahre, oder? Äh, nee. Gut. Dann steig auf. Äh, das hört sich nicht gut an. Mücke, ich hab Angst. Ich auch. Los geht's nach Rhodes. Nach Rhodes. Ich hab Angst. Ich hab auch Angst. Oh Gott, oh je. Hoi! Also, wenn ich den Jefferson treffe, tut das weh. Dann. Ich hab's. Ja. Knoblauch. Ich, ich hab's. Weh. Ja, das ist richtig. Haltet ihr euch da hinten gut fest? Ja, das war so. Gut. Huch. Huch. Äh, geht das hier so lang? Oh. Ich hab Angst. Okay, pass auf. Ui. Ich halt mich schon fest. Oh. Wir sind in Gef... Aua. Aua. Ist jemand verletzt? Au. Er hat es gesagt, ne? Ist irgendjemand verletzt? Ich glaube, wir brauchen einen Arzt. Hallo? Aua. Aua, mein Arm. Aua. Seid ihr alle noch am Leben? Aua. Aua. Ja, du brauchst einen Arzt. Wir müssen nach uns. Aua. Ja, mussten wir voll los. Jetzt ist es eins mit dem Holz. Ja. Ich bin der Baum. Oh Gott, wir haben auch einen Reifen verloren. Scheiße, ich wollte das.